Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, wie weit ist es noch? Noch ein paar Minuten Okay Es wird immer schlimmer Wollen wir umkehren? Das schaffen wir nicht Wir haben fast geschafft Schon gut geht Schon gut Geh weiter Dina, geh weit noch Dina? Dina? Scheiße Oh Gott sei Dank Komm schon Hier lang Wohin gehen wir? Vertrau mir Geh rein Ich mach die Tür zu Du warst schon mal hier? Vorbeigeritten Ich war nie hier drin Okay Sehen wir uns mal um Scheiße Was ist hier los? Dieses ganze Elektronikzeug Das muss Eugene's sein Bist du sicher? Ja Wer sonst würde an sowas herumbasteln? Definitiv Eugene's Hütter Er war ein Firefly? Er diente mit Tommy Ich hatte keine Ahnung Ja Das war eine ganz üble Geschichte Und zwar? Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat Tötete drei Soldaten Und zwei Zivilisten Scheiße Und dass er und Tommy Ein Federer General Zu Tode geholfen haben Er würde sowas doch nicht tun Er war dazu fähig Was meinst du? Er und Joe Haben einiges getan Zu überleben Oh mein Gott Das sind Tommy und Eugene Noch die reinsten Babys Licht Heizung Da muss hier doch auch irgendwo ein Generator sein Hey Da ist der Generator Schon besser Oh wow Eindrucksvolle Werkbank Eugene Ich wette damit kannst du deine Waffe aufmotzen Oh hallo Wo? Ellie Sieh auf den Boden Da unten ist noch was Geht's irgendwo runter? Hm Hier nicht Na los Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest Deshalb hat er dir nichts davon erzählt Ich hoffe ja für ihn Dass es das ist Er war so einsam, Mann Oh mein Gott Das ist Gras Ja Furzt trockenes Gras Hey Wer hat solche Videokassetten? Ha Der Schwanz des Wolfs Smash Brandys Kutsch Sind das Pornos? Sehr interessant Eugene Maria würde durchdrehen Wenn sie das sehen würde Wo hat er das alles her? Muss ewig gedauert haben Ich wünschte er hätte mir davon erzählt Ich hätte ihm helfen können Dina Eine Gasmaskenbomb Gott, er war so schlau Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Hm Finden wir's raus Kriegst du's nicht auf? Nein, geht schon Fuck Gib mal her Ja Ja, genau Als ob du es schaffst Okay Es Ja Scheiß drauf Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Riecht gut Riecht gut Ich meine Wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus Kann ich dich was fragen? Weiß nicht Kannst du? Von 1 bis 10 Wenn 1 Richtig unterirdisch ist Und 10 Überwältigend Wie würdest du Unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Ja Du hast gesagt, das war ein Fehler Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war Ich weiß nicht Für mich war es eine 6 Eine 6? Wow Eine solide 6 Okay Es waren viele Leute in der Nähe Ja, aber 6 Oh Was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören Das glaube ich nicht Du machst mich wahnsinnig Guck dich mal an Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm Es halte ich niemand auf Das wird hoffentlich besser als eine 6 Ich weiß nicht Ich weiß nicht Noch nicht Ah vurm Vurm Er Ich weiß, genau ich weiß, was das ist Ich weiß, was das ist Was Wie ist das ist Branden Ich weiß, was Wo sind sie? So, infiziert. So, infiziert. So, infiziert. Stroh! Bäh! Gib mir die Hand! Wir müssen hier weg! Es sind zu viele! Geht weg, ich bin dran! Na los, hier lang! Hier durch! Oh, shit! Hier lang, komm! Alles okay? Wo zur Hölle kamen die alle her? Ist doch egal. Sag mir lieber, wo wir hin sollen. Ich schätze, wenn wir hinten rausgehen, schaffen wir es vielleicht zur Hütte. Wir müssen alle warten. Ein Aufräumkommando holen. Zuerst müssen wir das hier verstehen. Stabt noch mal! Diese Arsch, wir sind überall! Los, zu der Tür! Rauschen! Guck! Aag! 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 Da oben, das Fenster! Das ist unser Ausweg! Wie kommen wir da hoch? Hier, zusammen! Hey, Mädchen! Auf den Karren schieben! Nein, ich schaffe die Kante ans Fenster! Halt sie, wie du siehst! Hey! Ich habe die Kante gespürt! Ja, klar! Echt! Komm damit! dream ¡No! Okay up sie, oder? Ja, bitte nicht! Okay! Der ist daughter so cool... Oh, come on! Die Luft ist coming! Fast, Kishab! Kishab, los! Los, weiter! Nein! Ich hab dich. Ja, nahe, bleib! Wohin gehen wir? Hier lang! Los! Die Luft sind überall! Langsamer, Levan! Zu den Türen! Hier, los! Auf geht's! Hey, ich bin Tommy. Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Es wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson! Verbarrikadieren wir die Tür! Tommy, wir bleiben nicht hier! Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit! Ja, meine Freunde. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf! Okay. Du weitest mit mir. Komm! Komm! Halt dich fest! Ja! 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 Was ist damit? Als ich zwölf war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh-oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ja. Ich fiel auf mein Messer. Okay. Okay. Ähm. Die Verletzung. Das war ich selbst. Wieso? Ähm. Um ein Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und ... Au! Hörte Kuh! Hey! Ich hab dir ne wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Bleib einfach da, okay? Alles okay? Was ist los? Bitte warten! Was? Jetzt dreh dich um! Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt ne Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben ne ganze Stunde gewartet. Ich hab sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen. Niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay. Ich geh nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. 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 Ja Munition! Okay, gehen wir rein! Du hast uns Angst gemacht, hm? Scheiße. Wie geht's euch so? Ganz gut. Danke. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sattel ablegen? Nein, nein, nicht mittig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten in Hand oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Hab gehört, ihr habt Sprung hier? Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lang seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Ja. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja. Ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy. Das ist mein Bruder. Joel. Scheint ihr hättet schon von uns gehört? Das haben sie auch. Nein! Halt den anderen fest! Laura? Alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lass mich! Ja! Ja! Puta Madre! Joel. Miller. Wer bist du? Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir's hinter uns. Bringen wir's hinter uns. Händet sein Bein ab. Na los! Ja. Keine Bewegung. Verdammt! Weg da! Du dummer. Altam. Ich lasse mich nicht setzen. Joel! Tommy! Shit. Wie komm ich da runter? Ich bin schon. Okay, einst du aus! Okay, Shima. Okay, Shima. Komm schon. Wetter sei okay. Joel! Tommy! Alles okay. Alles okay. Oh, da ist das. Joel? Tommy? Wo kommt das her? Joel? Joel? Fuck. Nein! Oh! Nagelt sie fest! Finger weg! Fesselt sie! Lasst mich los, verdammt! Lustig! Ihr habt sie! Ihr habt sie doch! Okay? Was ist los? Ich mach euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn frei! Wer ist das? Lass ihn frei! Hat sich reingeschlichen! Warum schiebt niemand draußen Wache? Wir dachten nicht, dass hier jemand aufkommt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt! Jo! Steh auf! Steh verdammt nochmal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Jo! Bitte steh auf! Nein! Nein! Schmein der Halle! Ich bring euch auf! Nein! 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 Wir wollen nicht. Nein! Ich bring euch hoch! Nein! 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 Oh mein Gott, Ellie? Ellie, tut mir leid. Jessie, Sie sind hier unten! Nein, nein, nein. Sundern USA Oh mein Gott, Anita! Oh mein Gott... Hi. Hi. Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich geh morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark... Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja. Dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. 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 Das war's. Das war's. Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Okay. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Musst du deinen Rucksack holen? Den hab ich bei den Osttouren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Okay. Dann verschael dich. Dann sag ich es. Hey. Was brauchst du? Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Ich warte hier unten. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles okay? Ja, komm einfach runter. Maria. Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ali wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tom. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Hm. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur, tut mir eingefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann halt zurück, bitte. Na klar. Na dann. Los mit euch. Woppor es dunkel wird. Ja. Na ja. No. Ich weiß nicht. Dieser Hunter war auf ihm und drückte ihn runter und Joel kam nicht an seine Waffe ran. Was? Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getwittert? Du meinst Infizierte? Nein. Gesunde, nicht infizierte Personen. Medizin? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mama an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Ähm, gar nicht. Mhm. Hey, hab mal Vertrauen. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und Drew getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarkt-Schmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Ich nehme die Hillen. Da. Bis bald. Dina, Ich ruch're activ team. Cómoosh. Nick. Ja, der kommt nicht. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Da sind wir. Ich lag wohl falsch. Du weißt also doch, wo du hinreitest. Ja. Ja. Hm. Hm. War was Gutes da drin? Hier ist ne alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Fühlt Palassen aus. Ja. Unsere Possen sind auch nie zu sehen. Ich weiß. Und das macht mir Angst. Fühlt Palassen aus. Oh, ist das die Quarantänezone? Ja. Schau mal nach oben. Das waren Soldaten aus der QZ. Siehst du die Federer Uniform? Meinst du, das war die WLF? Ja, und sie haben sie hier gelassen. Als Warnung. Echt abartig. Das scheint Risse zu sein. Da oben. In der Mauer. Wir alle sitzen. Number Nummer Nummer. Okay. Vielen Dank. War was Gutes da drin? Ziemlich leergefegt. Sind das Käfige? Arrest zählen. Wie bei den Soldaten in Boston. Dina, hey. Hey, hilf mir hier hoch. Ich halte die Augen offen. Versuch, das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Klingt gut. 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 Alles gut. War noch echt knapp. Was sind diese Wixer? Was sind diese Wixer? Was sind diese Wixer? Ach, war klar, dass das nicht geht. Hm. Okay, wie krieg ich dich an? Okay, wann das wohl geschrieben wurde? Die Seravena-Basis, mal sowas. Okay. Okay. Das ist mein Generator. Okay. 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 Was war das eben? Ich hab das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Ach, kein Saft. Was war das? Wie ist das? Was war das? Oh, was war das? Was war das? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020